Musik 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 Ach, war der Weim klar? War das es klar? Dann ist es jetzt an mich, das Übrige zu tun. Ach! Oh, wir lesen das Buch Thomas Karnap ist Rudolf Karnap, mein Weg in die Philosophie. Heftig, heftig. Besser geht's gar nicht. Etappen meines Denkens. Ich bin 1891 in Ronsdorf bei Barm in Nordwestdeutschland geboren. Mein Vater Johannes S. Karnap stammte aus einer armen Weber-Familie, hatte aber im Laufe eines langen, fleißigen Lebens eine einträgliche und geachtete Stellung. Aber auch. Die Vorfahren meiner Mutter Anna Karnap, geborene Dörpfeld, waren Lehrer, Pastoren und Bauern. Als ich noch ein Kind war, arbeitete meine Mutter jahrelang an einem umfangreichen Buch, in dem sie Leben, Werk und Ideen ihres Vaters, des Lehrers und pädagogischen Autors, Friedrich Wilhelm Dörpfeld, beschrieb. Ich war fasziniert von der magischen Tätigkeit, Gedanken zu Papier zu bringen, die ich seitdem immer geliebt habe. Meine Eltern waren tief religiös, ihr Glaube durchdrank ihr ganzes Leben. Meine Mutter pflegte uns einzuprägen, dass das Wesentliche an der Religion nicht so sehr das Bekenntnis zu einem Glauben sei, sondern gute Lebensführung. Die Überzeugungen anderer waren für sie moralisch neutral, solange sie ernstlich nach der Wahrheit strebten. Diese Haltung machte sie sehr tolerant gegenüber Menschen, anderen glaubt. Als meine Schwester und ich ins schulpflichtige Alter kamen, erhielt meine Mutter, die Lehrerin war, die Erlaubnis, uns selbst zu unterrichten. Das tat sie drei Jahre lang, die Quantität des Lehrstoffs... Das tat sie drei Jahre lang, jedoch immer nur eine Stunde am Tag. Sie hielt nicht viel von der Quantität des Lehrstoffs, sie wollte uns vielmehr klarer und zusammenhängender Kenntnis einer Sache verhelfen und vor allem die Fähigkeit zu selbstständigen Denken entwickeln. Das war's denn auch, die erste Seite. Okay. Nochmal Prost. Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, Seniors et Seniors, Tovarischi, Tovarasin, Saydati, Salati, Salamu, Walaikum, wieder unter uns. Ihr, die dahergekommen seid, aus allen Orten, aus Hamburg, aus Billerbeck, aus Kussebode, und wir, die da präsentieren all die Zeiten, die Longobarden und die Wikinger, hier zusammen sind Beispiele, für alles, alle, für das ganze, ganze. Alles eins, alles meins. Alles eins, alles deins. Alles deins. Deins. Alles deins, ja. Halt dich gut fest, da hast du die Zähne gesehen. Jedes deiner Schritte bestimmt deine ganze Welt. Und wenn dann Freude aufkommt, wo geht es hin? Alles bekommt Richtung, und es geht Richtung, 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 Wochenende. Hört her, ihr Leute im ganzen Land, Tommy Tonnel werde ich genannt. Erfreu euch Leute mit Gaukelspiel, drum zollt mir Beifall. Und zwar viel. Auf diesem Fass, was hier zu sehen, kann ich drauf laufen und drauf steht. Mittels dieses Brett sogar, fliege ich drüber. Wunderbar. Champagnerflaschen werden fliegen um die Schwerke. So will sie. Vor Nässe wird die Hose klamm, doch wartet's ab. Jetzt fang ich an. Ja? Ja. Nach tires? Die, Die 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 da 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 die Die-die-dun, die-dun, 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 die-dun. Die-dun, 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 die-dun. Wo leben wir denn hier? Wo leben wir? Wo? Hä? Wenn ich nicht glücklich nichts mehr hau'n, kann ich auch noch mal in die Luft sagen. Alle, herpa, pipa, papata, jipa, hey, jipa, 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 bieb! Wunderbar! Erste Mal! Wir haben genug geübt, ne? Wollen wir mit den Kühlen probieren? Nein! Na, müsst ihr aufstehen, müssen wir gleich den Kühlen zurück, ja? Wollen wir wirklich? Ja! Ja! Hoppa, hipa, hoppa, hipa, hipa, hoppa, hipa, boinkam, boinkam. Wollen wir? Ja! Mir haben sie die Tümer zu einer Attraktion, eine grande Attraktion! Und, und, alle! 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 Ui, 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 ui! Ai, ui, ui! Wuh! Ah! A, O, I, A, U, A, I, Laus, die Arme, Applaus. Aber wie aufhören. Wow, 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 wow. I, I. Hey, hey. Alles gehrt. Ja. June. Are we there? June. 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 Außer was? Außer Wasser, ne? A, O, I, A, A, I. Das sieht ja aus. Hast du nicht selber noch gemacht? Ah, das sieht aus als ob, ne? Also, krass. Oh, oh, oh. Ich frage euch, kann man so weitermachen? Nein. Kann ich so weit, ne? Doch. Ja. Kann man? Ja. Mit voll einge... A, O, 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 O. Soll es auch so weitergehen? Ja. Dann fällt jetzt das Fass um. Dann fällt jetzt das Fass um. Das Brett kommt raus. Und über mein Teppich, über die Alpen, fliegt die Lombarde. Fliegt! Wie hast du den Flasch rausgezogen? Mit die Beine. Ja. Gut. Ja. Dass le Mund jetzt aufgerhen. 뭘şту projects shocking? Ja 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 ja! MER 점화! Ja! Ja 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 ja! Ja 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 ja. ... ... ... ... ... ... ... Wo bin ich denn ingeflogen? Über den Teppich, voll daneben, ne? Ich glaube nicht! Wo, ne? Nein! Nein? Wollen wir nochmal? Ja! Ja! Nochmal und hober und nochmal! Ja! Noch zweimal! Noch zweimal!